Wir wollten die Saison mit einem Sieg verabschieden und es ist uns leider nicht gelungen. Ich glaube, der 1. Halbzeit war wirklich nicht toll bei uns. Obwohl es super anfängt. Ich glaube, wir gehen nach 5-6 Minuten in den Führer 1-0. Wir haben uns dann wieder auskontern lassen, wie schon so oft hier zusammen. Der 2. Halbzeit hat noch mal alles probiert. Tim macht noch 2-3. Mein Schuss wird noch auf der Linie gerettet. Dann ist es vielleicht 3-3 gewesen. Das ist natürlich ärgerlich, aber jetzt gehen wir nichts mehr an Ende. Ich denke, wir haben gar nicht so verkehrt angefangen. Wir haben ganz früh die Führung gemacht und kriegen dann eine unnötige Konter. Also wir haben uns vielleicht auch hinten vorne nicht richtig mehr zurückgegangen. Und dann kriegen wir auch unnötige Konter, die natürlich als 2. Torfeld nach dem Einwurf darf nie passieren, aber passiert auch halt. Und deswegen, ja, es war einfach schlecht gemacht hinten von uns. Und vorne vielleicht nicht die Konsequenzen ausgestrahlt. Und so gehen wir mit 3-1 in die Kabine in der Halbzeit und können leider noch ein Tor nachnehmen. Wir haben uns halt vieles vorgenommen jetzt. Das letzte Spiel, das war halt das Gewinn und es ging halt in die Hose. Und ich denke mal die ersten 15 Minuten war besser als die. Und dann haben wir uns halt ausspielen lassen und uns auskontern lassen. Und dann hat man dann nichts auch gegen die Mannschaften, wo man sich schwer tut. Auch 3 und 10. Und ich denke mal, wir haben uns das Leben selber schwer gemacht. Und in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen besser gespielt und leider nicht das Unentschieden geschafft. Oder auch noch das Spiel gedreht, sondern nur ein Tor geschossen. Und ja, wir sind natürlich enttäuscht. Irgendwie haben wir halt zu viele Löcher gehabt. Und da haben sie halt gut reingespielt und gute Tore gemacht, kann man auch sagen. Und das ist halt eine U-Mannschaft und da tun wir uns immer schwer. Ich weiß nicht wieso, aber man muss drauf lernen. Das Gefühl würde ich sagen, dass wir zu gut reingekommen sind. Es lief alles so ein bisschen zu gut, zu leicht. Und dann haben wir einfach ein Gefühl an den Gang zurückgeschaltet. Und dann stand zwar noch mal so 3 und 10. Und dann ist es immer schwer, dann wieder die andere Richtung zu finden. Und dann den Schalter wieder umzulegen, in die andere Richtung. Das haben wir heute am eigenen Leib bitter erfahren. Im zweiten Halbzeit haben wir noch mal versucht, was zu machen. Mit Glück spielt es noch 3-3, aber für mehr waren noch nicht drin. Das ist es eine gute D deseer. Und dann sind wir noch die Delle, die Delle nicht drin. Also werden wir noch einmal die Delle nicht in Deutschland besuchen.